Hier ist der Mann! Er ist mit ihm im Haus! Happy Birthday, dear Brie! Danke, das ist ein tolles Birthday-Present! Meine Frage ist ja, dass deine Gegner dich ja gerne provozieren vor dem Kampf. Inwiefern beeinflusst dich das denn für den Kampf? Wenn du einen Gegner hast, der ruhig und bescheiden ist, man sagt, das ruhige Wasser ist tief. Das ist genauso. Das heißt, der wird mir im Ring dann bieten. Auf was freust du dich am allermeisten nach einem anstrengenden Tag? Mein Leben existiert bis Samstag, 10. November. Was ist das Subjekt von deinen Träumen, von deinen Wünschen? No matter what you do, do it from your heart. Auf was ist es? Naja. Entschuldigung. das war die Frage. Vielen Dank.